Diese Kraft und diese Erde, die Atentos fühlen und tanzen. Und das haben die einem so eine schöne Atmosphäre geschaffen, dass man sich das auch traut. Und dass er so toll selbst singt, das hat nochmal so eine Tiefe in diesen Pallo gebracht, der mir total viel gegeben hat. Der Palmaskurs war super, weil das sind eigentlich so Basics, die aber so schwer sind. Wir haben zusammen erstmal ein paar leichte Palmas geübt und dann sind wir so in den Flow reingekommen. Wir haben viel über die Rhythmik gelernt und ja, ich denke da kann jeder von uns was mit nach Hause nehmen. Also es hat mir sehr gut gefallen, wir haben viel gelernt und ja, diese Eide war super. Also wir haben neue Dozenten entdeckt, die wir wieder einladen wollen. Also ich würde auch wieder einen Kurs bei denen buchen. Ich fand die richtig sympathisch und richtig echt sind sie rübergekommen und das hat mir einfach gut gefallen. Ganz sympathische Menschen. Also Wahnsinn. Also das war's für heute. Und 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 das war's für heute.